Obwohl ja, warte mal, ja ok Probieren wir was Nein! Mh Was macht der Schalter hier eigentlich? Das ist eine interessante Frage Das Level ist hier ein bisschen zu hoch Ich glaube, wir müssen durch das Glas Glauben wir auch Den ihr mir doch fast sicher Da oben einer hinten umgehen muss, um diese Plattform Ja, wir laufen hier durch wie sonst was Ja, natürlich Was zur Hölle war das? Ich glaube, wir sollten alle Möbel kaputt machen Das stimmt eigentlich Das wäre gut Ja, das stimmt Ich hab's so, warte, warte, warte Hä? Warte mal ja super was macht denn das jetzt ja das problem gerade bei mir war das das problem war bei mir gerade dass der typ nicht weggeschoben hat für das goll m ja hallo das würde wenn du einmal drüben bis kannst du auch vergessen das ist scheiße von meinem Glück okay was ist dahin ja das macht mich jetzt das wahrscheinlich ein da drüben das aus obwohl macht das gar nicht wahrscheinlich müssen wir beide klöpfe gleichzeitig gleichzeitig das kann sein dass so und beide gleichzeitig okay das macht so werden gehen das spiel ist so schön und frustet überhaupt nicht hallo jaja okay ok da von drüben und los ok muss ich dann in die mittelgeschichte nein wir brauchen natürlich zwei wie soll man sowas beim ersten mal wissen das ist ein kleineser leck mich doch mal das ist eigentlich im fenster im hintergrund ja das hier im hintergrund der vielmehr nicht mit stadt von spongebob oder so keine ahnung warum aber in die kreise gelaufen okay ich mache mal alles kaputt das bringt mir irgendwie glück das war knapp das gibt's doch gar nicht das weiß gleich nicht so lecker warte 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 der stuhl das ist zum ich komme zurück oder war knapp ich komme zurück oh nein okay oh ja wow was boost okay alles klar das heißt doch heute komme ich denn da in die mitte jetzt das aktie aktiviert jetzt stellst du dich bitte auf die mitte geht das okay hat ich jetzt so nicht vor dass wir irgendwo ein checkpoint sein ich mag diese komische ich glaube wir müssen uns in der mitte treffen okay ja dann geht es mal links ah verdammt was an das tut oh gott ja ich bin drauf ja ich bin drauf aber es bringt mir nicht viel okay ich würde ich komme nicht mehr runter so gehen auf die seite so ein bisschen in die wand geklatscht okay okay kalt 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 er hat das denn okay verdammt Oh, ja, super. Nö, nö. Ja, so geht natürlich auch. Drei. Ha, ha. Ich. Nein. Ach ja. Ja. Ja, das war ja super. Okay. Hm, hm. Ja, ha, 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 ha. Das war... Fail von Feinzen. Okay. Oh, das war ja ungeplant. Da war es fast. Na gut. Okay. Na komm. Hopp, hopp, hopp. Wieso schafft es immer nur einer von beiden? Ja, ha, ha. Es schafft immer noch. Ja, ha. Einmal muss es ja das ist gewesen. Ja, ha. 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 Oh, das ist unmöglich. Lutschi, lutschi, lutsch, lutsch. Und, hopp, und. Ja, äh, okay. Ich bin oben, brauchen wir zwei? Ich hoffe nicht. Aber ich befürchte es. Nein, 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 brauchen wir nicht. Ja, ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Das ist nicht wahr. Heiliger. Das ist nicht wahr. Elf Minuten? Ich frage mich, wie das manche Leute in zwei Minuten schaffen. Hm. Extremes auswendig können. Ich glaube auch. Oh, ja, super. Oh, ja, super. Ah, wir müssen es gleichzeitig machen. Gleichzeitig, ja. Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber egal. Hm? Ja. Interessant.